Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Quailol.de. Heute spielen wir wieder ein bisschen Township, würde ich sagen. Wieder ein bisschen größer alles machen. Oh, da haben wir viel. Erstmal wieder Standardfelder ernten. Wieder neu anbauen. Was brauchen wir denn? Ich würde mal sagen, wir brauchen Mais ein bisschen und Weizen. Dann werden wir das mal anbauen. Hälfte Weizen. Hälfte Mais. Dann würde ich sagen, wir machen zuerst... Was machen wir denn zuerst? Erstmal machen wir die Milch. Milch holen. Schon mal drei Kühe füttern. Dann geh mal im... Hol mal Kuhfutter und Hühnerfutter. Ach, was mache ich denn da? Füttern die restlichen drei Kühe? Ähm... Oh, da ist ein Gebäude fertig. Was ist denn das? Schule. Du kannst fehlende Baumaterialien mit hinzugehalten. Ja, wir haben ja alles. Das ist perfekt. Ach, das ist die Schule. Oh, neue Stufe 6. Belohnung, 300 Gold, ein Schein, Käse und ein Krankenhaus. Gebäude fertiggestellt. Ich hätte nie gedacht, dass du so schnell eine Schule baust. Wir brauchen noch Globen und elektronische Tafeln. Es benutzt doch niemand mehr die alten Kreidetafeln. Ja, genau. Hm. In der Stadt gibt es kein Krankenhaus. Also behandeln sich die Leute selbst. Und dann muss ich... Was? Oh Mann. Okay. Und dann muss ich ihre Eigenbehandlung behandeln. Hm. Ich kann heute mal wieder nicht lesen. Sorry. Ähm... Anzeigen. Äh, wir haben doch schon ein Krankenhaus gebaut. Ach ne, das war eine Schule. Ach sooo... Dann gehen wir auf Gemeinschaftsgebäude wieder. Bauen ein Krankenhaus. Ähm... Ah man man man... Ich würde es gerne... Ich würde es gerne daneben bauen. Da... Genau. Dann... Ähm... Würde ich sagen, wir verschönern ein bisschen wieder. Das ist ein Strand. Da müssen wir ein bisschen strandmäßig bauen. Ja okay. Dann können wir die kleine Pfütze da auch weg machen. Äh... Dann bauen wir wieder so Art Gehweg. Ich finde den Gehweg eigentlich recht schön. Okay. Dann ähm... Holen wir das Brot aus der Fabrik. Ah wir brauchen Weizen. Ah das Weizen ist aber fertig schon. Perfekt. Dann können wir Brot holen. Direkt ein neues Weizen anbauen. Weil das brauchen wir. Ähm... Brot. Perfekt. Ähm... Dann holen wir die... Den Joghurt. Sahne. Machen neue Sahne. Und vielleicht auch mal Käse zwei Stück. Mh... 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 Das... Finde mehr Nachbarn. Logge dich auf Facebook ein und teile nützliche Güter mit deinen Freunden. Äh... Muss jetzt nicht sein. Mach ich später. Offscreen. Ähm... Dann bauen wir die... Den Hühnerstall aus. Und dann füttern wir doch direkt mal die Hühner. Und... Holen uns neue Hühner. Perfekt. Und füttern die auch noch.